Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Leute, ich muss euch was erzählen, das wird wirklich... Es wird absolut abgefahren, alles ist anders in diesem Video. Erstmal, ich habe ein Mikro, das ist Punkt eins, ich habe ein Mikro. Punkt zwei, ich habe eine Rotiformjacke an, das erkläre ich gleich warum. Das ist keine Werbung, sondern mir ist einfach nur kalt. Also, wir sind in Goodwood und eigentlich wollten wir gestern, drinnen am Samstag. Aber ich erzähle euch eben die Geschichte, es geht ganz ganz schnell. Wir sind um 3.50 Uhr aufgestanden, ganz früh morgens und wollten eigentlich nach Calais fahren. In Calais merkten wir, dass wir beide keinen Reisepass beihaben. Somit mussten wir von Calais wieder zurück nach Brüssel, wo Manu, Rotiform Manu, Prinz Rotiform, nach Brüssel gekommen ist. Hat uns so beide Reisepässe gebracht. Wir sind also wieder zurück von Brüssel nach Calais, haben unsere Fähre verpasst. Natürlich haben wir sie verpasst. Und sind dann von dort aus dann rüber nach Dover. Dort sind wir dann nochmal durch die Gegend gefahren. Kamen irgendwann mitten danach am falschen ARB-Viren und sind dann mal weiter mit dem F12 durch den Wald. Und jetzt kommt der Oberkracher an diesem Video. Dieses Video drehe ich nicht alleine, sondern dieses Video drehe ich mit dieser Frau. Hallo. Diese Frau ist wer? Julia. Hi. Das ist Julia, das ist meine Freundin. Und eigentlich wollte ich nämlich mit Porni drehen, aber das war ja gedacht, dass es nämlich Samstag... Okay, ich habe die Hälfte ja, sorry, vergessen. Samstag eigentlich ist, aber Samstag wurde das Event abgesagt. Das heißt, wir sind die ganze Nacht gefahren für gar nichts, konnten nicht drehen und jetzt sind wir hier. Und jetzt habe ich meine wunderschöne Partnerin in Crime hier. Und wir werden jetzt aber Goodwood latschen und werden uns verschiedene Sachen angucken. Denn du bist bekanntlicherweise auch Profi in Sachen Autos. Maximal aber auch. Maximal. Voll. Ich bin voll durchbleckiger. Findest du es nicht auch verrückt, dass wir Mikros haben? Man kann uns hören. Das ist für die Leute neu. Hallo. Cool, ne? Ja, voll. Anyone? Hi. Hallo, hi. Also, wir sind jetzt gerade bei den Hunigans. Den Mann kennen wir auch. Hey, 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 hey. Say hello one time. Hello, one time. Ah. And thank you very much for boring us the camera. Anything for you. You know that. Anything? Anything. Maybe I need some advice in the future concerning things. Yes. I'm your man. Being a good man. Yes. Okay, also die Kamera haben uns auch geliehen, weil wir hatten eigentlich eigentlich keine Kamera da, aber wir wollten euch Goodwood nämlich zeigen. Ah, ich darf nur die von der Seite, die bessere Seite filmen, ne? Oder? Schatz, alles gut. Ist egal. Ja. Komm jetzt. Komm. Es wird sehr viel, es wird sehr viel weiblicher Aspekt. Ach ja, noch was Leute, hier. Lass dir den Fuso, der abgeflogen ist. Der ist wieder dran. Da oben ist unser E36. Wir haben ein Auto in Goodwood stehen. JP Performances in Goodwood. Das ist der Donkey, den wir in der L gefahren sind, der kaputt gegangen ist. Also alles ist am Start. Also Schatz, wo sollen wir zuerst hin? Ich kann ja wieder runterkommen. Ich musste nur in Kurzversion alles erzählen. Komm, wir gehen hier lang. Du hast vorhin schon eine lustige Sache gesagt. Die fand ich sehr geil. Und zwar hatte eine Dame gerade eine Jacke von Bugatti an. Und ich sagte, das ist die Marketing-Dame von Bugatti. Und Julia sagt einfach, die Schuhe sind aber auch nicht schön. Und ich dachte mir so, hä? Aber ja, es gibt Schuhe von Bugatti. Ja, genau. Aber das war... Anzüge gibt es auch davon. Anzüge? Ja, meine Schuhe. Oder Gürtel, ne? Irgendwie so. Okay. Aber Lackschuhe gibt es auch davon. Lackschuhe? Lackschuhe. Lackschuhe. So, das finde ich eigentlich schon mal ganz spannend, da. Das ist rosa, ne? Ja, das ist nämlich ein Renault. Diamant heißt der. Aber eigentlich sollte das der erste Clio sein. Also erste Clio-Serie, so als Retro-Look. Ich versuche alles einzufangen. Sieht cool aus dem anderen. Oder überhaupt? Ach nee, R5, ne? Das wäre was für dich. Ja, ne? Guck mal, das Lenkrad. Oh, das Lenkrad ist ja toll. Toll. Ist aber echt gut gemacht, ne? Echt toll. Die Farbe ist auch schön. Echt voll schön. Das finde ich auch ganz cool hier, oder? Also so eine Seifenkiste. Das stimmt. Ich finde die Farbe auch schön. Voll Tacho. So ähnlich spacey aus. Spacey. Das ist ja eh dein Ding, ne? So grün momentan. Ne, warte. Ich habe ja gesehen, ich habe Zara-Farben und Pastellen. Leute, ich muss euch noch eine Sache vorwarnen. Es kann passieren, dass Julia mehrere Male die gleiche Sachen sagen wird. Wir tun alle so. Weil ich von der Begeisterung bin. Ja, wir werden aber alle so tun. Jedes Mal aufs Neue. Dass wir es noch nie gehört haben, okay? Okay. Wie findest du den hier? Die Farbe ist cool. Ein Auto? Was ist das für ein Auto? Ein Aventador SVJ. Ein Lamborghini. Cool sieht der aus. Aber als Cabrio wäre der cooler. Warum? Wegen den Haaren. Wegen den Haaren? Okay. Das ist halt auch krass, ne? Das ist ein McLaren P1. Das ist so der heilige Gral auch. Steht zwar einfach hier so auf den Holzchips, aber das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Hätte ich sehr gerne. Du hast doch einen. Ich habe einen 27S. Ähnlich. Aber das ist schon cooler. Okay. Was auch wirklich Extremes wie Volles ist. Achte mal. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Gucken uns ein bisschen um. Und dann gehen wir gleich nochmal rüber auf die andere Seite, ne? Die Skulptur, ne? Der Porsche stellt jedes Jahr so ein Ding hin. Die Farbe ist krass. Die Farbe ist cool, ne? Das ist so grün-grau. Die Farbe ist echt gut. Die Farbe ist geil. Wie findest du den hier? Der ist noch sportlicher. Aber die Farbe ist beim anderen schöner. Aber was wirklich spannend wird, ist, wir sehen jetzt das erste Mal den neuen Lamborghini Reventon. Hä? Ne, ne, nein, der neue, wie heißt das Ding? Also was wirklich extrem ist, der Motor ist jetzt diesmal komplett offen bei meinem alten. Also der Motor ist fast ähnlich, glaube ich, vom Aufbau wie der im Aventador. Das Carbon-Stück ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Die Drosselklappen sind gerade noch so verdeckt, das sieht man an der Seite. Aber die Ansatzbrücke ist wirklich live da. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht nach ein paar Jahren. Der lange Radstand ist gar nicht so extrem, wenn man das Auto wirklich live sieht. Man merkt ja, dass hier an der Stelle schon so ein Stückchen mehr drin ist. Aber das geht eigentlich. Das mussten sie halt machen wegen der Hybridisierung, dass dort nochmal der Elektromotor zwischenkommt. Dann haben wir halt einen relativ langen Überhang. Das kommt auf den Bildern so nicht wirklich rüber. Normalerweise wäre hier so Schicht. Aber es kommt ein ganzes Stück noch rüber. Dann halt die Endrohr-Position ist halt wirklich super, super schick. Ein Teil, was man auch so nicht gesehen hat, ist das hier. Das ist auch ganz schick. Das ist wirklich separat. Da werden die Tuner sich, denke ich, mal draufstürzen und das in Carbon fertigen. Dann Innenraum finde ich... Eigentlich finde ich ihn doch ganz... Wie findest du den Wagen? Cool. Die sieht aber aus wie jeder andere daneben. Welcher? Der? Der hier? Das ist so ein Huracard, der Rato. Der ist kleiner. Ja, genau. Der ist V10, das ist V12. Ehrlich Leute, hier steht so viel Zeug, ne? Ich finde die Marke echt ganz geil, ne? Dieses Polestar Zeug vom Design. Nie gehört. Ja, gibt's wirklich wenige, sind relativ teuer. Aber ich finde das Cabrio hier zum Beispiel vom Design echt gut. Doch, das sieht gut aus. Hinten ist vielleicht ein bisschen zu ansteigend, finde ich. Ich finde, das sieht zu eckig aus, das Auto. Das sieht so mea krassig aus, oder? Ich finde so an der Tür den Aufstieg, finde ich mit dem Schweller, finde ich ganz schön. Ich finde die Front eigentlich auch ganz cool. Front, aber ich finde das hinten zu eckig. Hinten, ja. Hinten finde ich auch ein bisschen zu hoch. Ah, hier ist nochmal Lamborghini. Komm mal, gehen wir mal hin. Wir haben schon mal eine Anlauffarbe. Das ist echt Power, ne? Die Farbe? Boah, ist fast Neon. Also nicht ganz flussierend, aber das ist, also Leute, das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie die Kamera das einfangen kann. Aber die Power von der Farbe hier. Evelto. Das war dein Arme. Also aus dem Blickwinkel finde ich ihn am schönsten. Und der lange Radstand kommt in echt wirklich, das ist echt okay. Auf Bildern sieht der immer so unglücklich aus. Aber es ist schon okay. Aber es hat auch sehr zerklüftet das Auto, ne? Weil wenn man sich mal anschaut, du hast hier diese Öffnung. Hier. 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 Also es ist sehr, 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 nicht unruhig, aber wenn man sich nur die Ecke hier anguckt, ist es ja wirklich beeindruckend, wie viel dort los ist. Du hast ja wirklich alles an Ecken und Kanten da, was man sich nur vorstellen kann. Und dann geht es hier weiter. Und dann geht es hier weiter. Und dann geht es hier weiter. Und Lamborghini lebt halt einfach von dieser Dramatik. Und es ist halt nicht wirklich fließende, also fließende Formen, das wäre der falsche Begriff, glaube ich. Ist ganz cool. Wir schauen weiter. Der Ioniq. Boah. Das war wirklich anstrengend die letzten Tage. Ioniq 5N. Also was man hier sieht, ist, dass sie wirklich diese ganzen Kanten deutlich hochgezogen haben. Der Diffusor ist deutlich größer. Der Heckspoiler ist auch ein bisschen länger gezogen wegen der Aerodynamik. Nordschleife da oben am Fahren. Vorne sieht man auch, dass die Kante etwas hochgezogen ist. Die Farbe kommt sehr gut. Der Seitenschweller hinten ist auch nochmal ein Stückchen hoch. Also ich kann schon beeindrucken, wie viel die mehr rausholen können aus dem Auto. Weil der Ioniq 5 ohne N ist natürlich auch ein cooles Ding. Aber das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer. Und ich muss auch wirklich sagen, auch mit der... Ach, die Verbreiterung. Jetzt sehe ich es. Seht ihr das? Das Auto ist vor und hinten breiter. Deswegen sieht der auch so dramatisch aus. Ich glaube, der hat nie 600 PS. Ich glaube, sowas brauchen wir. Oder Rolls Royce. So, jetzt haben wir ein sehr interessantes Auto. Und zwar ist das der 39 TAK Turbo. Das ist ein Auto, was so aussieht. Relativ normal. Das hat man schon mal gesehen. Jetzt gucken wir mal hier drauf. Da ist nämlich ein 1,5 V6 Twin Turbo drin. Und zwar ist das der damalige Formelmotor. Wir gehen mal zum Heck. Und wenn man nämlich genau schaut, sieht man, dass da oben schon mal die Ladenluftkühler sitzen. Und wenn man nämlich so guckt, dann sieht man da nämlich eine Ölwanne, die gar nicht so in Position eigentlich ist. Man sieht die Trockensummschmierung da an der Seite. Und alles ist so ein bisschen anders angeordnet. Denn da ist nämlich ein V-Motor drin. Von diesem Auto gab es relativ wenige. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr besonders und sehr, sehr wertvoll. Und das würde ich auch gerne mal fahren. Das ist eigentlich gerade fein, ne? Ja, voll. Optisch. Dann das hier ist natürlich auch echt mega krass. Das ist auch ein McLaren P1, aber als GTR, als Rennfahrzeug. Der steht schon echt gut da. Hier sehen wir mal einen McLaren P1 als Rennversion. Weil sie ist am Lenkrad, dass er nicht als normale Straßen zugelassene Lenkrad hat. Weil wirklich offen, was da alles drin steckt. Die ganze Gold-Isolation, die dient dazu, weil das Gold halt die Hitze sehr gut reflektiert. Und somit die Hitzeabgabe an die rund umliegenden Materialien halt nicht so hoch ist, dass die Karre nicht abrennt. Wir sehen auch hier die Löschanlage. Die Löschanlage ist separat drin. Wir sehen den eingepackten Auspuff. Die Motorsteuergeräte sind jetzt hier oben auf den Seitenschwellern drauf. Die Ladenluftkühler sind so hier die gerade stehenden Dinger. Das habe ich vorhin gesehen. Lotus hat hier einen riesengroßen Stand. Und Lotus ist ja so eine Marke, wo es immer auf und ab geht. Wir haben jetzt ein SUV gebracht. Und das gucken wir uns mal an. Wir sehen elektrisch. Dadurch, dass die Fahrzeughersteller jetzt alle auf der Elektro wechseln müssen, wollen, ist natürlich das Herstellen von Autos einfacher geworden. Und zwar dieses Bodenelement ist so das haupttragende Teil. Und dann setzen die halt ihre Karosserien dementsprechend drauf. Die Animation zeigt auch wirklich stark, wie groß dieser Heckmotor ist. Im Vergleich zu dem Frontmotor, die Bodenplatte und den Akkus drin. Und du musst halt keinen, klar du kannst Elektromotoren fertig kaufen, aber du musst halt keinen wirklichen Antriebsstrang mit Getrieben und allem entwickeln. Das heißt, somit ist die Entwicklungszeit von diesen Elektrofahrzeugen relativ kurz. Deswegen bringen diese Hersteller jetzt alle diese Elektrofahrzeuge auf den Markt. Gucken mal. Oh, 905 PS, 2,95 Sekunden auf 100, 985 Newtonmeter Drehmoment. 165 Meilen, das ist echt beeindruckend. Und eine durchschnittliche Range von 304 Meilen bei 2,6 Tonnen. Wie groß sind die Felgen hier? Das sind doch bestimmt 23 Zoll. Gigantisch. Diese 23 Zoll ermöglicht natürlich auch eine bessere Traktion, also beim Rausbefleunigen. Wenn du da jetzt zum Beispiel bei den fast 1000 PS mit 20 Zoll drauf gehst, dann rutschen die auf jeden Fall deutlich schneller weg. Gucken wir rein. Also ich finde den Misch zwischen dem Stoff und dem Leder auch nicht ganz schön. Ich glaube wir dürfen auch aufmachen. Das ist ein schönes Detail, dass hier das Datum steht, 1948. Dann haben wir hier eine Mini-Tacho, ein Mini-Display. Das Lenkrad. Die Navigation sieht in der Mitte aus wie bei einem Tesla. Außenspiegel sind auch ganz cool. Wir können hier, hallo, Box auch. Und das ist glaube ich sogar die Straßenversion, das ist kein Prototyp. Wie findest du den? Ich mag die Farbe gerne. Die witzert ein bisschen. Ja. Ist cool. Aber, also ich habe keinen Haben-Wollen-Kick-Effekt irgendwie. Wie findest du die Farbe? So ein Lila, ne? So ein bisschen. So ein Flair, ne? Was wirklich immer wieder toll ist, ist so eine Softbox über dem Auto zu haben. Mal guckt euch mal an, wie der Schwarzlack wirkt, wenn das Auto da drunter steht. Das war das Auto von Gordon Murray. Dieser hochdrehende V12. Aber, das war auch die Fahrzeuge. Die schwarzlackige Fahrzeuge. Das ist wirklich cool. Und so ist die Fahrzeuge in der Linke. Das ist eigentlich Wunderstand. Mit der Schwarzlack ist sowas. Es hat uns nur noch Gelächteran ein paar Läresten. Aber in der Schwarzlack hat Maschpen-Worst an der Träselpedition in am Radrum. Das ist ein E-Auto? Das stärkste E-Auto der Welt. Was ist das für eine Marke? Rimac. Hm, das kenn ich. Das ist wirklich schnell. Das ist wieder so ein Fake. Das ist auch geil. Das ist kein Bugatti. Das ist keiner. Das Ding hier ist selbst gebaut. Ich denke da steckt ein R8 drin. Der Sattel verrät so ein bisschen. Der Schaltknopf könnte was anderes für ein Audi sein. Krass, guck mal der Deckel. Nachgemachter Deckel. Der Spoiler auch. Wahnsinn. Wahnsinn. Was kostet der Wagen? 150.000 Pfund. Nein. Einfach nein. Wo ich wirklich Bock drauf hätte, würde ich auch gerne mal Probe fahren. Ist sowas. Das ist ja für Lass mal Fahren auch echt eine geile Sache. Finde ich richtig gut. Ist ein sehr cooles Auto, ne? Cool, ne? Voll. Ist ein Autoheimer, ne? Ja. Ja? Ja? Ja. Also es gibt auch manche, die neu gebaut sind. Es ist, es ist... Ja, wie ein... Ja, ne? Nein. Danke sehr. Das ist krass. Elektro-Moppet aber mit so Leitungen dran. So. Na, gefühlt Fahrradbremse. Das ist echt krass. Durch dieses ganze Elektro-Thema kommen so viele neue Hersteller auf den Markt mit kleinen Produkten, weil die Abgasnorm ja gar kein Thema mehr ist und so. Echt krass. Ich würde sagen, wir machen dann noch... Da kommen noch mehr Videos, ne? Weil es einfach zu viel ist. Sollen wir Tschüss sagen? Sagst du Tschüss? Bye-bye. Ne? Tschüss. Tschüss. Danke schön.